yo servus leute seid herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal wir reagieren auf west connect von luciano aus dem album majestic luciano loko gang member ihr wisst bescheid wir sind am start checkt immer gerne ab ob was ich schon alles reagiert habe und ballert mir weitere vorschläge in die kommentare ihr merkt die laune die ist da weil ich freue mich auf das video ich freue mich auf das album hoffe natürlich dass es ein geiles album wird bis jetzt bisher hat luciano wirklich echt selten enttäuscht es gibt es gibt ein song der als single auskopplung kam der hat mir nicht so gefallen hat jetzt den namen nicht im kopf aber sonst war bisher alles stabil stabil so wir gehen ganz kurz hier noch mal in die infobox zack 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 was haben wir hier vocals suciano ghana beats und genaro wieder am start junos king size check natürlich ab auf was schon alles eine reaktion kam okay wieder ghana beats und genaro so wir gehen rein freunde let's go buh 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 auch lange nicht mehr gehört yeah 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 okay 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 es kommt gut aber warte mal ist es ein solo ding bruder habe ich ja gar nicht vorgelesen central c so jetzt aber jetzt aber okay okay so geil 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 wisst ihr warum ich auf den song geklickt habe das ding ist halt wir haben auf das ding tattoos mit raf kamora reagiert und dann habe ich ja hier rechts diese songs hier nebenbei reaktion dazu kommen auch online habe ich so songs wenn ich sehe so 3000 aufrufe 3800 hat dreimal so viel wie die anderen gerade ist ja frisch alles rausgekommen dann muss es ja dann muss es ja krass sein und dann bin ich da drauf und dann kriege ich so einen beat und so einen luciano da drauf ich komme selten für die die meine reaktion das erste mal gucken denken sich vielleicht was 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 rastet der so aus was rastet der so aus ich bin eigentlich überhaupt nicht so vor allem nicht um ein uhr nachts bruder aber einfach luciano ist derzeit der künstler den ich ja am liebsten höre und so krass gerade feiert ich finde einfach der macht gerade alles richtig so boah digga auch wie wie er hier delivert ne stabil stabil der bruder duciano mit seinen features die sind wirklich die sind geisteskrank ich habe gesehen er war zuletzt er war hier letztens vor ein paar tagen in der story von nikki minaj ne wegen dem song mit bia und hat nikki minaj irgendwie ein von beiden so props gegeben und dann hier nochmal den song gepostet war cool cool dega ich bin bei 50 sekunden und das ding geht 3 30 danke dass das ding 3 30 geht und nicht 2 30 oder 1 58 bei den bei den song längen heutzutage bruder 1 58 oder 2 minuten glatt das ist äh zur normalität geworden traurig aber wahr dicker dass wir hier so einen schlagabtausch haben ist so geil und ich finde das auch gut dass das nicht line für line ist sondern ich glaube jeder einen vierer kann sein habe ich jetzt nicht drauf geachtet vierer sechser vierer glaube ich oder diese stimme die der hat das ist halt der delivert krass luciano ja betonungen die sitzen aber du brauchst auch ne du brauchst auch so eine maskuline stimme und die hat er einfach die hat er wie habe ich das in dem video davor gesagt der der megalo und dann von deutschrap die gar daran hörst du einfach wie cool englisch ist wie cool das ist amirap uk je nachdem ne wie cool es einfach ist es ist einfach eine passende sprache und eine die idealste sprache meiner meinung nach für rap für rap deswegen so ich glaube wenn jemand der kein deutsch versteht deutschrap sich anhört kann ich mich schon vorstellen dass der sich so denkt nehmen weil er die sprache dann auch nicht so schön findet französisch ist zum beispiel auch sehr schön aber auch cool ne das macht ja luciano auch gerne zum beispiel er geht ab geht ab geht ab und dann mittendrin einfach ja geht weiter ab 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 und dann wie diese spontanen stimmen wechseln die da einfach auftreten so gut so gut eigentlich ist um passend aber so gut okay dann war das habe ich nicht darauf geachtet dann war das die hook die am anfang reinkam ne sehr guter part vor allem was mir am part gefallen hat und ich hoffe das wird im zweiten part genauso sein dass man hier wieder abwechselt das hat richtig gut gepasst und ist auch nicht so üblich ist echt unüblich bruder er kann es einfach er kann es einfach er ist der einzige der das kann hilfe warum kann nur er das deutschrap ist wirklich luciano ist nur ein künstler von vielen nur ein künstler von vielen aber wenn der nicht mehr dort machen würde für deutschrap dann würde innerhalb deutschraps eine inflation entstehen der ist so eine bereicherung und so ein main character so wichtig okay das ist auch noch mal die stelle haben wir auch noch mal gehört dass das gehört auch noch mal zurück also haben die hier sich auch in der hook nochmal beide abgewechselt cool komplett ganzer song parts und in der hook wird die noch mal abgewechselt dort man hat ja auch mal gehört wenn es in den parts ist dann war es in der hook nicht aber oder es war in der hook dann in den parts nicht digga der ist der wirklich der einzige der so mit ami rappern der das potenzial hat mit denen irgendwie gleich zu sein also auf einem song ein ami rapper würde wenn du wenn du den krassen den krassen ami rapper schickst und einen krassen deutschrapper das kannst du nicht vergleichen eigentlich aber mit luciano könntest du das vergleichen versteht ihr wie ich das meine das war geil das war geil gehört auch mit dem rhein kam richtig lässig rein kam richtig lässig rein war geil okay hier nochmal der nächste wechsel da okay das ist auf jeden fall kein vierer kein sechser scheiß drauf bruder ist einfach cool ist einfach cool so ist einfach cool geiler song richtig geiler song einer meiner favorites vom album jetzt schon und ich kenne die hälfte blieb gar nicht digga 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 hörst du das einfach wie jedes mal luciano reinkommt guck mal jedes mal wenn er reinkommt wirst du wach und hörst du nochmal zu deswegen sind die wechsel hier zwischen den künstlern so cool weil lucianos einstieg immer verdeutlicht wie krass er ist ich liebe das jetzt nicht nur bei drill an sich auch wenn man einen part abschnitt nicht einen part sondern einen gewissen part abschnitt mit so einer drop-up folge beendet du 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 tu ich finde dass ich so krass ich finde dass es irgendwie so das am idealsten was du machen kannst Luciano hat aber hat aber krasse Feature hat aber krasse Feature jetzt hier nochmal was mit UK Rapper die Single Auskopplung war ja auch mit nem UK Rapper mit Bia und Aitch Digga das sind aber auch Feature ich will das Video nicht all zu lang gehalten ist nur noch einmal die Hook ich gebe mir direkt nach der Reaktion hier das Ganze auf Dauerschleife das war es mit dem Video passt auf euch auf macht es gut abonniert gerne den Kanal haut rein und abonniert gerne den Kanal den Kanal den Channel scheiß drauf haut rein und ciao